Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Cold Beauty Haul für dich. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was ich so gekauft habe, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück in die nächste Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, es gab mal wieder diese Cold Beauty Bag, die man ab einem gewissen Einkaufswert, ich weiß nicht, ob das 200 oder 150 Euro waren, gratis mit dazu gekriegt hat. Da soll auch irgendwie ein Warenwert drin sein von 175 oder 150 oder schlag mich tot Euros. Und die ist wieder voll gefüllt, da hast du nicht nur Proben drin, sondern auch Full Sizes oder halt auch Travel Sizes. Und ich bin sehr gespannt, ich habe auch gut zugeschlagen. Ich habe immer, ich bereite mich ja drauf vor, ich habe ja so eine Art Wishlist. Ich schreibe mir immer so auf, was ich gerne möchte oder mir gerne kaufen möchte, sofern demnächst mal irgendwann so eine Cold Beauty Bag gedroppt wird. Oder wenn bei Douglas wieder so ein geiles irgendwas für Umme mit dabei ist. Ja, ich habe irgendwie ein neues Oberteil heute an. Ich muss mich erstmal, ne, weil das halt sehr, sehr, sehr schultermäßig unterwegs ist. Egal, ist von Chiquelle, mega geiles Teil übrigens. Egal, kommt in einem anderen Haul. Ja, da war unter anderem drauf auf dieser Wishlist die Glowish by Huda Beauty Foundation. Multidue, 40ml sind hier drin und ich habe die Farbe 01 Fair mir bestellt. Maxime schwärmt da so von, Maxime Giacomo. Und deswegen musste die sein. Und ich mag Glowish Foundation so gerne. Ich habe heute mal eine Matte drauf, dann habe ich mir aber von Love Minora Glow Powder drüber gegeben, weil sie mir einfach zu matt war. Die ist wunderschön, das ist von Catrice, die HD Liquid Coverage Foundation, die es mal in dieser kleinen Verpackung gab, ne, habe ich in irgendeiner Farbe bestimmt. 010 Light Beige ist das. Mag ich sehr gerne. Ich bin aber kein Fan von rein mattem Finish, ne. Und ja, die hier wirkt dem natürlich extrem entgegen. Und ja, was soll ich sagen, ne. Als Maxime die aufgetragen hat, hat er sich die anfangs auch noch mit matten Foundations gemischt, die ihm halt zu matt waren. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ich habe ja auch die ein oder andere Foundation da, die ich ein bisschen aufpeppen möchte, wo ich halt nicht einen Puder nachher drüber geben möchte, sondern das mit reinmischen will. Und das kann doch sehr geil sein. Oder halt Solo auftragen. Da bin ich gespannt, wie das so auf meiner Haut wirkt. Die hat hier so einen Pumper. Also ich werde die Produkte auch noch mit euch zusammen in einem Schminkie mal austesten, wenn ich, ne, Full Face neu halten oder sowas. Müssen wir mal gucken. Oh ja, die ist schön glowy. Die Deckkraft ist okay. Die ist jetzt nicht überragend. Also ich finde es okay, ne. Man sieht halt, ich sehe. Ihr seht es noch nicht. Ihr seht es gleich. Man sieht halt noch irgendwelche Adern und so durchkommen. Aber sie setzt sich nicht in Fältchen. Wow. Oh, das ist das, was ich liebe, ne. Zum Vergleich, das ist eine Hand ohne Foundation. Das ist eine Hand mit Foundation. Die Farbe passt ja mal ultimativ gut. Freue ich mich drauf. Riecht nach nichts. Meine Finger glowt. Wow. Am Handtuch erstmal schön abputzen. Ne, freue ich mich drauf. Dann habe ich Anastasia Beverly Hills, genau. Anastasia Beverly Hills hat Creme Bronzer rausgebracht. Die habe ich mir aber gekauft bei Douglas, weil da war es halt deutlich günstiger. Und Stick Blushes, ja, habe ich mir bestellt in der Farbe Peachy Keen. Fand ich spektakulär. Ich fand das jetzt von der Verpackung her nicht so ultimativ. Also das hat mich nicht so angesprochen, weil du hast auf der einen Seite halt den Blushstick, den ich eigentlich cool finde. Und auf der anderen Seite so ein Pinselchen. Ich denke mir immer, wie zur Hölle soll ich den reinigen? Aber gut, ich würde es wahrscheinlich dann eh mit meinem Foundation-Pinsel oder mit einem Stippling-Brush auftragen. Das müssen wir dann aber mal schauen. Das ist so eine schöne Farbe. Sieht super natürlich aus. Sehr, sehr schön. Oh! Huch! Das ist mal ordentlich pigmentiert. Ja, kann man nicht anders sagen. Wow. Und hier ist halt dieser Pinsel. Keine Ahnung, den hatte ich auch. Darf man das sagen? Ja, man darf sagen. Oder als ich mein Full Face She Glam geschminkt habe, hatte ich da auch einen Bronzer-Stick mit dabei. Der hatte auch so einen Link hinten dran. Braucht man nicht, ne? Aber doch, diesen Blushstick finde ich ganz interessant. Aber diese Pigmentierung haut mich gerade um. Also das muss man safe, vorsichtig auftragen. Jennys Highlights wird da ihre Freude mit haben, ne? Die liebt Blush, das weiß ich wohl. Aber eine schöne Farbe. Sehr so cream to powder, würde ich dazu sagen. Also wenn ich das auch so verwische, fühlt sich das eher pudrig an. Aber es lässt sich schön verblenden. Jetzt auch mit dem Finger, ne? Mag ich. Dann hat, ähm, wer hat denn davon immer so geschwärmt? War das Fräulein Tee? Ich glaube schon, von Cosas. Äh, Cloud Set Baking Setting and Smoothing Powder. Und, äh, das habe ich mir jetzt einfach mal auch bestellt. Ich glaube, sie hat das, sie hat mich da angefixt. Ähm, habe ich in der Farbe Aerie Sheer Porcelain. Ja, bin ich, ne? Ähm, definitiv ein helles Häutchen. Der sieht nicht so, also ich mag diese, diese Verpackungsgeschichte ehrlich gesagt nicht so mega gerne. Ne? Weil es so, weiß ich nicht, so relativ günstig aussieht, obwohl es ein mega teures Produkt war. Aber, der sieht toll aus und vielversprechend. Ich glaube, das ist so ein gebackenes Produkt, weil der hat halt so ein Hubbel hier oben drauf, ne? Cool, jo. Da bin ich echt gespannt. Ach ja, das ist ein Puderswatch, Claudia. Da kann man nicht so viel rum swatchen. Oh, fühlt sich feuchtigkeitmäßig an. Also nicht jetzt irgendwie so super trocken. Das fühlt sich komisch, interessant und gut an. Okay. 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 Wird ausgetestet. Das kann ich jetzt so auf den ersten Swipe nicht hundertprozentig identifizieren. Die Verpackung kann ich mir natürlich schon direkt zur Seite machen, weil ich sie nicht brauche. Jennys Highlights liebt den Milk Make-Up Concealer. Aber ich befürchte, ich habe die falsche Farbe gewählt. Oh mein Gott. Weiß ich nicht. Fair New ist das. Das sieht so aus. Sieht aber super dunkel aus, oder? Oh mein Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ne? Ja, die Verpackung ist natürlich wieder so eine Ultra-Verpackung. Das erinnert mich an, wie manche Pinsel verpackt sind, ne? Das ist auch super. Ich meine, das könnte man theoretisch auch irgendwie weiterverwenden, wenn man da irgendwelche Sachen reinpacken möchte oder so. Brauche ich jetzt persönlich nicht so unbedingt. Meine Herren. Okay. Mit Beipackzettel. Teures Produkt. Wir wissen Bescheid. Aber das sieht so dunkel aus. Ich habe Angst. Bitte macht, dass das wirklich fair ist, ne? Weil das Korrekteur, Fair New, steht ja auch drauf, ne? Hm. Okay. So schaut der Swatch aus. Und ich glaube, dass es doch funktionieren kann. Ich habe jetzt gerade erst ein bisschen Angst gehabt, ne? Weil das sieht deutlich dunkler in der Verpackung aus. Doch, das kann funktionieren. Und sie hat halt gesagt, das ist ein Concealer, der nicht in die Fältchen rutscht und so weiter. Und das finde ich klasse. Fühlt sich doch relativ normal an von der Festigkeit her. Lässt sich schön verblenden. Ist jetzt auch nicht in die Handfältchen gerutscht. Ne? Ich glaube, der kann was. Okay. Ja. Jenny, ne? Wehe, das ist nichts. Nein, das ist gut. Dann habe ich als nächstes eine Box gefunden. Ich liebe Boxen, Leute. Ich mache auf diesem Kanal super viele Unboxings, Hauls, Reviews und so weiter. Falls du Bock hast, abonnier mich einfach. Das kannst du hier unten einfach machen. Kostet nichts. Und du bekommst einfach kostenlosen Content und ein bisschen Freude jeden Tag von mir. Genau. So. Auf jeden Fall gab es eine Cold Beauty The Eye Edit Geschichte. Und das war sowieso schon ein Set, was im Set günstiger war. Und zusätzlich war das auch noch irgendwie hardcore reduziert. Deswegen musste das mit. Da konnte ich jetzt leider nicht drum rum. Und ja, immer wenn irgendwo eine Box am Start ist, dann bin ich auch immer ganz froh, wenn ich sie ergattern kann. Aber eine ganz schön große Box. Ich hatte jetzt nicht in Erinnerung, dass da so super viele Produkte drin sein werden. Nein, es ist doch hauptsächlich Verpackung. Das ist super. Das Ganze beginnt mit einer Natascha Denona Palette. Und zwar ist es die Mini Sendopalette. Die Sendopalette habe ich mir ja schon in groß gekauft. Das habt ihr entweder schon gesehen oder seht ihr bald in einem anderen Haul tatsächlich. Und ja, die Mini Sendopalette soll andere Farben beinhalten. Und da bin ich gespannt. Ich mag die Qualität von Natascha Denona. Das ist nicht für jedermann was, würde ich sagen. Also, ja, manchmal sind sie, finde ich, nicht mit allen Pinseln so verblendbar. Die ich normalerweise verwende. Oder die Schimmertöne sollte man dann tatsächlich mit dem Finger auftragen, was ich bei so hochpreisigen Paletten immer schade finde. Aber gut, das hier schaut mir auf jeden Fall nach tollen Alltagstönen aus. Eine ganz schöne Palette. Das mag ich gerne leiden. Die hat ja diese kleinen Fünferpaletten, ne? Sieht sehr vielversprechend aus. Ja, und die wird dann auch ausgetestet. Das müssen wir uns anschauen. Außerdem befindet sich in dieser Box dieses Produkt von The Inkey List. Caffeine Eye Cream. Ich liebe Kaffee. Ich mag Augenpflege. Die läuft. Best for Tired Eyes. Habe ich meistens, weil ich nachts schlecht schlafe. Jo, 15ml sind hier drin. Und wenn das so eine Verpackung ist, dann wissen wir natürlich, Riesenverpackung, kleines Produkt. Alles klar, das wird ein tolles Produkt sein, was hier drin ist. Man konnte sich auch angucken, was vorher drin ist, ne? Schaut so aus. Das ist ein kleines Typchen. Und die wird dann getestet. Schreibt mir gerne von allen Produkten, was ihr hier allgemein so in diesem Video seht, in die Kommentare, was ihr so am liebsten getestet sehen wollt. Dann kann ich das nämlich gegebenenfalls vorziehen oder so, ne? Das, da könnt ihr mich gut beeinflussen, Leute. Glaubt mir. Dann habe ich hier als nächstes Iconic. Ne, das ist noch was anderes. Ach, meine Nase juckt. So, kennt ihr das? Wenn einfach irgendwas juckt. Einfach nur juckt. Ohne, dass du... Warum auch immer, man weiß es nicht. Ähm, ja. Wishful. Das ist ja die Marke, die Pflegemarke von Huda Beauty, glaube ich, ne? Eye Lift and Snatch. Instant Sculpting Masks. Okay, da sind zwei Masken drin. Das werden dann so Augenpatches sein. Ich persönlich präferiere es tatsächlich, diese Augenpatches in großen Pöttchen drin zu haben, wo ich 60 Stück drin habe. Wenn es aber solche, ne, Boxen sind, hast du meistens so eine Einmaleinwendung mit dabei. Finde ich nicht schlimm. Das wird dann auch verwendet, aber selber kaufen würde ich mir keine Einmaleinwendung. Aber ich finde es ganz interessant. Dann habe ich hier noch mit dabei, ist ganz schön viel, Leute. Ich sage euch das. Ähm, von Veve I Want. Steht hier drauf. Scheint auch ein sehr edles Produkt zu sein, denn es ist eine matt-schwarze Verpackung mit goldener Schrift. Eye Detail. In der Farbe Camel. Camel. Äh, das dürfte dann ein flüssiger oder ein Creme Eyeshadow sein, glaube ich. Weiß ich nicht. Cruelty und vegan ist wohl die Marke. So schaut das aus. Das könnte... Ja, genau. Und das hat auch die liebe Jenny von Jennys Highlights schon öfters gemacht, dass sie einfach hier diesen, so einen Stick nimmt, ne, und dann macht sie sich hier so einen Eyeliner und zieht es dann hier so mit, so ein, so ein, wie nennt man das denn hier, so ein V, ne? So ein hingelegtes V. Dann kann man das schön mit einem Pinsel ausblenden und dann zusammen mit der Lidschattenpalette verwenden. Stelle ich mir auch echt schön mit dieser Mini-Sendopalette vor. Also da haben die sich was bei gedacht. Da kann man einen Look mit schminken und, ähm, das in Kombi verwenden, ne? Das ist halt ein ganz normales Braun, Camelbraun halt, ganz easy peasy. Kann ich aber mir schön vorstellen. Dann habe ich hier etwas, das habe ich eben schon vorgelesen, Iconic, das ist eine Mascara und hier haben wir den Beipackzettel. Läuft. Ich glaube, die Mascara habe ich auch schon oder ich hatte sie schon mal, kommt mir nämlich sehr bekannt vor. Ähm, das ist die Triple Threat Mascara. Ich weiß nicht, ob es auch diese Box noch zu verkaufen, zu kaufen gibt auf der Kult Beauty Homepage. Schaut da gerne einfach mal bei mir in der Infobox vorbei. Bei solchen Hauls verlinke ich euch meistens auch alle Produkte unten in der Infobox und dann schauen wir uns mal die Mascara an. Oh, ein Gummibürstchen. Schaut so aus. Finde ich hübsch, definitiv. Sowas spricht oft dafür, dass es die Wimpern halt sehr definiert und schön trennt. Vielleicht sogar ein bisschen Länge reinbringt. Muss man mal gucken. Als nächstes habe ich hier Face Halo, The Precision Make-Up Remover. Das scheint ein Make-Up Remover Pad zu sein. Sowas finde ich immer ganz schön, weil ich das auch immer häufig verwende, sowohl um Make-Up zu entfernen, als auch um zum Beispiel Masken runterzunehmen. Wow. Das ist immer so. Du setzt an, willst einmal ordentlich ziehen und dann funktioniert es auf einmal ganz leicht, oder? Das ist unglaublich. Also damals, als ich noch ein junges Mädchen war, hat man sowas Waschlappen genannt. Oder auch Mini-Waschlappen. Hier habe ich jetzt zwei Stück davon. Du kannst da so mit zwei Fingern reingehen und hast dann hier etwas, womit du dein Make-Up runternehmen kannst. Und ich glaube auch, dass es ganz gut funktionieren wird. Entweder mit den beiden oder mit den beiden Fingern. Doch, ich glaube, so geht es am besten. Damit kann man dann sein Gesicht schön waschen. Das mag ich. Das finde ich gut. Sowas habe ich auch öfters in Anwendung. Die Waschis habe ich und so weiter. Das mag ich. Sie wiederholt sich. Und dann kann ich das direkt waschen und verwenden. Und dann kommt das in meine Aufgebrauchskiste. Und dann kann ich euch schon direkt davon berichten, wie ich das so fand. Super. Ja, und das letzte Produkt, das hier drin ist, ist von Oskia London. Das ist eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Renaissance Cleansing Gel mit 35ml. Also ein Reinigungsgel fürs Gesicht. Weil wenn du dir die Augen schon so wild schminkst, dann solltest du sie auch wieder abschminken. Und bestenfalls verwendest du dann dieses Vieh mit diesem Vieh. Und dann hast du dich 1a abgeschminkt. Also das haben die echt toll überlegt. Du kannst hier einen schönen Augenblick schminken und den auch nachher schön entspannt wieder runternehmen. Und da ich ja Double Cleansing mache, wird das hier dann unter meiner Dusche stehen. Vor der Dusche reinige ich mich mit einem Abschminkbalsam, um halt mein Make-up aufzubrechen, Mascara runterzunehmen und so das Ganze relativ vorsichtig angehen zu lassen. Und dann unter der Dusche Cleansing Viecher hier, Gel, Schaum, was auch immer, worauf man so Bock hat. Finde ich cool. Und das war jetzt dann die Augenbox. Und dann hat man auch noch eine Gratisbox mit dabei. Da beschwert man sich nicht, ne? Also das kann ich auch als Geschenkschachtel gut weiterverwenden. So. Und jetzt kommen wir zum eskalativen Part. Nein, einen habe ich noch. Und zwar von Natascha Denona, den Puff Paint. Den hatte, glaube ich, auch Jennys. Die fixt mich mittlerweile, also in letzter Zeit, ständig an. Das ist unglaublich. Liquid Blush Serum in der Farbe Daria. Ich glaube, sie hat davon zwei verschiedene Farben und gibt die sich dann auch immer auf zusammen. Also einen helleren etwas vorne und einen etwas dunkleren dann hinten. Ich glaube, Daria war auch mit dabei. Und ja, das dürfte dann der etwas hellere von beiden gewesen sein. Da bin ich gespannt drauf. Das möchte ich demnächst mal verwenden durch. Jetzt haben wir hier diese Tasche, ne? Da bin ich gespannt. Sonst haben wir auf dieser Tasche auch irgendwie mal Kult Beauty Bag oder sowas draufstehen. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass jetzt dieses Mal auf diesem Säckchen nichts draufsteht, weil man die ja so oder so weiterverwenden möchte, wahrscheinlich, ne? Und dann ist es auch ganz cool, wenn man eine neutrale Tasche hat. Ich glaube, meine letzte Kult Beauty Bag hat Danny Pelletier bekommen in unserem Tauschpaket, was wir hatten. Zuallererst kommen mir hier einige Zettelchen entgegen. Und dann habe ich hier von, bei Dr. AJ Starnham, SOS Revitalizing Mask Weekly, der AM&PM Biozellulose Treatment Mask. Die ist sehr schwer. Die ist gut gefüllt, ne? Und da hast du drin Rosenwasser, Glycerin, Niacinamid. Und krass, hier steht genau drin, was da drin ist und was die, also hier diese Dosis Actives, also die aktiven Inhaltsstoffe, die da mit dabei sind und was die entsprechend mit deinem Gesicht machen sollen. Das finde ich sehr nett. Niacinamid soll aufhellen. Sodium Hyaluronate und Hyaluronsäure sollen hydratisieren. Panthenol und Komplex-Extrakt-RM sollen beruhigen. Und dann hast du noch Trialose mit dabei. Feuchtigkeitspusher, was auch immer und so weiter und so fort. Krass, Silk Aminoacid, also Aminosäurenseide, keine Ahnung. Das finde ich cool und ansprechend. Da habe ich Bock drauf. Hier. Wo habe ich eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe letztens nämlich, ich habe eben nämlich Masken zur Seite gestellt, dachte ich, für heute Abend. Aber sie sind nicht mehr da. Ich habe sie scheinbar verbummelt. Egal. Ich habe hier noch eine weitere Maske drin. Und zwar Sweet Chef. Keine Ahnung. Mit roter Beete, Vitamin A und frisch gepresst. Das soll die Poren verfeinern und unruhige Haut beruhigen. Krass, ne? Ich finde es immer fancy, wenn du halt irgendwie so diese Essens-, also Yum-Yam-Inhaltsstoffe drin hast. Mag ich nicht so gerne riechen. Wenn ich zum Beispiel so Produkte habe, die irgendwie so mit Schokolade sind oder sowas. Ist nicht ganz so meine Welt. Ich rieche nicht gerne nach irgendwas, was ich essen möchte. Genau. Und dann habe ich hier eine kleine Probe drin von MDO oder Mido Simon Orion MD, keine Ahnung. Intense Hyaluronic Filler Ampoule. Also das scheint eine Art Serum zu sein. Zwei Milliliter. Und hier steht auch Testmuster hinten drauf. Also das weiß ich nicht, ob das auch preislich mit aufgeführt sein wird. Ich glaube, es wäre weniger. Ein Wirkstoffkonzentrat. Dann habe ich hier etwas drin. 1999. Okay. Precision Color Pencil. Aha. 1999. Keine Ahnung. Neutra Crayon de Couleur de Prézision. Irgendein Präzisionsstift. Gucken wir mal. Ist wahrscheinlich ein Eyeliner, oder? Was bist du denn? Color Pencil. Weiß ich nicht, ist halt so ein Stiftchen, ne? Ist das ein Lip Liner vielleicht? Das kann ich mir als Lip Liner Farbe auf jeden Fall sehr gut vorstellen, ne? Das ist so ein schöner, neutraler Ton. Ich meine, für verrückte Augen Make-ups kann ich mir den sogar als Eyeliner vorstellen. Aber sowas lässt dann schnell die Augen auch so ein bisschen krank erscheinen, ein bisschen rötlich erscheinen. Das wäre dann nicht so produktiv, finde ich. Dann habe ich von Brio Geo Don't Despair Repair Strengthening Treatment Oil. Also irgendwas, was reparieren soll mit Ceraminen, für trockene und für trockenes und geschädigtes Haar ist es tatsächlich. Zwei Milliliter sind hier in diesem, ja, Ding enthalten. Ist eher eine Probe. Und ich finde, dass diese Tasche uns schon so ein bisschen auf diese Adventskalenderzeit vorbereitet, ne? Geht euch das auch so? Also irgendwie von den Produkten her, von den Größen her, läuft. Okay, ja, und das soll für die Haare sein. Ich verwende auch Haaröle und Haarprodukte, damit meine Haare auch schön geschmeidig und glänzend sind. Auch wenn ich gerade 5 Milliarden Haare gefühlt hier am Verlieren bin, während ich sie bewege. Aber gut. Dann habe ich hier noch einen 15% Rabattgutschein für die Code Beauty Homepage. Das finde ich auch ganz nett, dass man das, ne, 15 Euro ist das, ne? Dass man das nächste Mal, wenn man für 30 Euro einkauft, bis zum 30.09, oha, da muss man sich aber sputen, 15, ne, 15% und nicht 15 Euro. Das ist ja auch nicht das andermeiste, ne? Na, muss ich mal gucken. Okay, dann habe ich von Nude Sticks hier ein Produkt drin. Magnetic Plush Paints. Okay, was ist das? Ist das ein Lippie? Hätte ich jetzt gesagt. Bahama Mama ist die Farbe. Soft Mud Nudes in der Feather Light Blurring Velvet Texture. Face Color. Multitasker. Also das kannst du wahrscheinlich sowohl als Blush als auch als Lippenprodukt verwenden. Aha. Sehr interessant. Ich meine, die Produkte, die ich jetzt hier auch mit drin habe, die gebe ich auch in meinen Full Face Beauty Boxen, also was ich in dieser Cult Beauty Bag drin hatte. Und ich denke auch, das kann ich eigentlich, na, weiß ich gar nicht, in dieser Eye Box, theoretisch schon, ne, ist eine Beauty Box. Genau, und dann kann ich das da vielleicht mal ausprobieren. Von Nars haben wir was mit dabei. Velvet Matte Lip Pencil. 2,4 Gramm. Ist immer ganz nice, ne, wenn man da halt so hochpreisige Marken mit drin hat, die man halt auch kennt. Und klar sind die anderen, das ist ja ein super hochpreisiges Gedöns hier. Good Times ist die Farbezeichnung. Und da werden alle Marken recht hochpreisig sein. Ich weiß nicht, ob ich die Farbe vielleicht sogar schon exakt habe, aber nee. Ich glaube, den Nars Lippenstift, den ich mal irgendwo in einer ASOS, in einem ASOS Adventskalender drin hatte, ist eher ins rötliche. Eine super schöne Farbe. Sehr gefällig, sehr natürlich. Ja, und dann ist der Nude Sticks aber eher, dann wahrscheinlich als Blush gedacht. Ich muss mir das nochmal genau nachlesen. Das ist halt schon eine Weile her, dass ich bestellt habe. Dann habe ich hier von Rub It Up, glaube ich, Saturday Skin Refining Peel Gel. 10ml sind hier drin enthalten. Wir haben jetzt die Inhaltsstoffe über dem, wie man es verwenden soll, gemacht. Das ist wahrscheinlich einfach ein Peeling, oder? Rinse clean with warm water. Maybe use once or twice a week. Ja, das ist ein Peeling. Das kann man sich mal gönnen. Und ich glaube, die Marke ist relativ... Ach, ich meine, nee, das war Sunday Riley, wo ich gerade dran denke. Aber das ist Saturday Skin. Die Marke kenne ich gar nicht so gut. Da wollte sie gerade einfach aushauen. Dann habe ich hier etwas von Invisibobble. Da steht die liebe Like a Daisy in Spring ja auch so drauf. Die mag ja auch super gerne Scrunchies. Bin ich eigentlich nicht so der Fan von. Und ich glaube auch nicht, dass ich dieses Produkt behalten werde. Denn das ist so in Leo-Optik. Das ist nicht so ganz meine Welt. Also ich habe ein Scrunchie in Leo-Optik mal in der Box drin gehabt. Das verwende ich ab und an mal. Aber ich bin jetzt eher so der farbenfrohe Mensch und weniger der coole Leo-Print-Mensch. Bin ich nicht so der... Nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Das bin ich einfach nicht. Dann habe ich hier von Sweet eine Pro Lash Lift Mascara mit dabei. Das ist einfach die Pro Lash Lift Mascara. Finde ich auch schön. Das kann man definitiv im Full-Face-Beauty-Boxen integrieren. Oh, was ist das denn für ein Bürstchen? Guck mal. Das ist so ein... Ja, nicht mal Gummibürstchen. Das ist ja fast schon Plastik. Das, was hier auf dieser Seite jetzt quasi ist, ist eine gerade Seite. Man kann nur mit dieser oberen Seite über die Wimpern gehen. Und das wird natürlich eine ordentliche Trennung geben. Okay. Angst. Dr. Barbara Sturm. Das ist eine hochpreisige Marke. Hatte ich, glaube ich, mal eine Creme von. Und wo ich mir gedacht habe, hä, warum ist denn die jetzt so teuer? Habe ich nicht gerafft. Das ist eine Clarifying Mask. Die soll halt, ähm, ja, klären, ne? 20ml sind hier drin enthalten. Sowas finde ich ganz praktisch. Das mag ich gerne. Aber ganz schön viele Masken sind hier drin, was ich persönlich aber immer positiv finde. Von Ameliorate haben wir ein Smoothing Body Exfoliant. Ich weiß nicht, ob das ein mechanisches oder ein chemisches Peeling ist, weil ich dachte erst, es wäre ein chemisches Peeling und habe kurz Angst bekommen. Ähm, LAH6 Skin Hydration Complex. Aber ich weiß jetzt nicht, was hier die Peeling-Körner drin sein sollen. Muss man mal gucken, ne? Aber gut, ja. Zwei- bis dreimal pro Woche. Hm, ausprobieren. Ich mag gerne so jeden Dienstag und jeden Freitag meine Pflegeroutine. Heute ist Freitag, wo ich das Video drehe. Und, äh, da bin ich immer etwas exzessiver unterwegs, was Hautpflege angeht. Ähm, Oda, Oda-Ki-T, California, Oda-Ki-T vielleicht. Black Mint Charcoal & Resul Clarifying Cleanser. Das ist ein Reinigungsprodukt mit 100ml. Lettern. Das hat Aktivkohle mit dabei. Es ist vegan. Ähm, natürlich Always GMO-Free, also gentechnisch frei und dermatologisch getestet. Und hier haben wir das Produkt. Das ist halt echt wieder eine Full-Size, ne? Ist auch cool. Ist das flüssig? Ne, das ist nicht flüssig. Cool. Ja, das mache ich dann auch unter der Dusche. Hatten wir nicht hier schon einen Cleanser mit dabei? Ne, ich bin gerade total verwirrt. Ne, wir hatten in der anderen Boxen-Cleanser mit dabei. So, jetzt habe ich es. Okay, ähm, nur Boxen im Kopf, die Frau. Perfect Repair von Nature Lab, äh, Leave-in Treatment, Color Safe. Okay, ich brauche jetzt nichts, was meine Haarfarbe erhält, weil die ist natürlich. 30ml sind hier enthalten. Ähm, das wird dann einfach so ein flüssiges Produkt sein, was du dir einfach in die Haarspitzen und in die Haarlänge reinmachst, nach dem Haare waschen. Und dann läuft das. Und dann schützt das einfach die Haarfarbe. Das ist ganz okay, aber ich brauche es halt nicht. Dann habe ich hier von NCLA Treatments So Rich Vitamin E Infused Cuticle Oil. Das ist ein Nagelhautöl. Schaut so aus und kommt dann mit so einer Pipette daher. Ich gebe mir Nagelöl jeden Abend auf meine Füße. Das pflegt meine Nagelhaut und auch halt meine Nägel. Und deswegen ist es ganz cool. Ist auch wirklich sehr individuell hier, ne? Dass du hier so abwechslungsreich, wollte ich sagen. So abwechslungsreiche Produkte hast. Von Glow Recipe haben wir Avocado Melt Retinol. Also nicht unbedingt im Sommer, sondern eher im Winter verwenden. Eye Sleeping Mask. Eine Nachtmaske für die Augen. Die soll aufhellend wirkend und straffend sein. Ähm, ja. Das ist natürlich riesig, ne? Okay, krass. Äh, 15ml sind hier nur drin. Das ist aber eine Riesenverpackung. Aber ich glaube, Glow Recipe ist jetzt nicht so super günstig. Ähm, genau. Retinol, weil es aufhellend wirkt, sollte man halt Sonneneinstrahlung vermeiden, wenn man das macht. Gut, wenn du es abends verwendest, ist es nochmal eine andere Nummer. Boah, ist das süß. Guck wie das aussieht hier drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das so einfangen kann. Ich versuche das hier mal relativ fest reinzumachen. Kann man das so sehen. Ne? Dann hast du hier halt die, das Produkt und hier hast du, oder doch hier, so einen kleinen Minispatel mit dabei. Ach, wie süß. Finde ich niedlich. Und, äh, genau. Wenn du halt Sonneneinstrahlung drauf bekommst, dann kann es halt sein, dass es, äh, zu Pigmentflecken führen könnte. Ne? Ach, ist das süß. Ich hatte auch mal die Watermelon Sleeping Mask. Die habe ich auch als Nachtcreme verwendet. Fand ich auch schon schön. Das ist so ein tolles Verpackungsdesign. Voll mein Ding. Fahre ich drauf ab. Mag ich gerne leiden. Genau. Aber das werde ich dann entsprechend, äh, verwenden, wenn es soweit ist. Genau. So. Und das lege ich mir dann zur Seite. Als nächstes habe ich hier immer noch ein bisschen was drin. Also es sind irgendwie 22, 23 Produkte, die hier insgesamt drin sind. Wieder was von Huda Beauty. Matte and Metal Melted Shadows. Also das sind Liquid Eyeshadows. Ähm, ja. Kann man machen. Definitiv. Äh, ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von Liquid Shadows. Das heißt, das werde ich wahrscheinlich zur Seite tun und dann, äh, in einen Adventskalender packen oder mal verlosen oder so. Ähm, du hast hier halt auf der einen Seite so einen recht durchsichtigen, knochenfarbenen Ton und auf dieser Seite halt so einen, äh, Liquid-Ton. Bin ich nicht so Ultra-Fan von. Mit Creme kann ich mich mittlerweile ganz gut anfreunden. Aber alles, was Liquid ist, rutscht bei mir halt super schnell in die Lidfalte rein. Und dann macht das einfach keine Freude. Deswegen so schön, wie es ist und so teuer, wie es sein wird. Aber ich glaube nicht, dass es bei mir bleiben wird. Ne? Als nächstes habe ich hier ein Tübchen mit dabei von Sand and Sky. Das ist die Australian Emu Apple Sugar Bounce Mask. Ähm, 10 Gramm sind hier drin. Da weiß ich jetzt nicht, was dieser Apfel mit meinem Gesicht machen soll. Das gucken wir uns mal an. Äh, hm. Das sagt er jetzt nicht, ne? Mask Repulpont. Also Glow and Pump. Okay, es soll Glow geben und aufplampen. Okay, schön. Interessant. Vor allem. Hilfe. Ähm, dann habe ich hier noch von Keys Soul Care Golden Cleanser. 30 Milliliter sind hier drin. So ein kleines Produkt. Jetzt kommt der Qualitätsvermutungseffekt. Wenn das so klein ist, hier mit drin ist, ist es bestimmt teuer. Weil irgendwie müssen die ja auf ihren Megawert von der Tasche kommen, oder? Und, äh, ja, weiß ich noch. Hätte ich jetzt so vermutet. Weil so 30 Milliliter ist ja eher so eine Travel Size. Sowas packst du nicht von super günstigen Produkten mit rein. Interessant. Golden Cleanser. Ist da Gold mit drin vielleicht? Huh. Oh, Dekadenz schreit ganz laut. Hier bin ich. Okay, dann habe ich hier etwas. Das hatte ich schon öfters mal auch in Adventskalendern und so weiter drin. Und dachte immer, her, was packen die da für eine Öselprobe mit da rein? Habe dann gegoogelt und gesehen, wie teuer das eigentlich ist. Ähm, von Dr. Dennis Groß. Alpha Beta N Extra Strength Daily Peel. Und da hast du dann dreimal hier wahrscheinlich so eine Doppelanwendung mit dabei, dass du erst mit der einen Seite über das Gesicht gehst und dann mit der anderen Seite über das Gesicht, ja. Und, ähm, das soll dann mega krass sein. Also ich habe es ausprobiert. Ich finde es jetzt nicht so geil. Das ist einmal Exfoliate in Smooth, also ein bisschen peelen und, ähm, halt, ja, ebenmäßiger machen. Und dann Anti-Aging Neutralizer. Ja, das ist, äh, dann halt nochmal so ein Neutralisierungstuch. Und es sind halt wirklich zwei Tücher hier jeweils drin. Also jeweils ein Tuch, ne. Weiß nicht. Fahre ich nicht so drauf ab, muss ich sagen. Ne, also, nee. Also nicht so meine Welt. Gut, dann haben wir hier das letzte Produkt. Und das ist von Alias of Skin 20% Vitamin C Brighton Entfirm Serum. Also sollte ich quasi aufhellen und glätten. Acht Milliliter, wow. Ähm, ja, täglich morgens und abends verwenden. Scheint dann auch irgendwie ein krasses Produkt zu sein. Sagt mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht so ultra viel. Habe ich jetzt so noch nicht in den Händen gehalten, glaube ich. Und da hat man dann so einen kleinen Pumper mit dabei. Das ist da unten das Glas. Okay, ich glaube, das ist teuer. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nicht verwendet. Ich habe jetzt ja eigentlich immer so ein bisschen Bedenken, was Vitamin C angeht. Gerade mit meiner Haut, ne. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ja, da muss ich wirklich noch drüber nachdenken, ob ich das behalten werde. Wie auch so manch anderes, was ich hier in dieser Bag mit dran hatte. Aber ich finde, wie immer, dass diese Bag sich lohnt. Man kann ja auch im Vorfeld immer gucken, was ist in dieser Bag drin. Dass man nicht die Katze im Sack kauft. Ich meine, man kauft nicht die Katze im Sack, weil man ja sowieso für einen gewissen Warenwert Produkte kaufen muss. Aber es sind schon immer coole Sachen drin. Also da kann man auch so ein bisschen mal durch den Inhalt von Cold Beauty ein bisschen durchstöbern und ein bisschen hochpreisige Pflege mal ausprobieren. Ja, und auch dekorative Kosmetik ist mit dabei. Der Inhalt von dieser Tasche hat mich persönlich dieses Mal nicht so mega weggebasht, sage ich mal, oder weggeflasht. Ich weiß es nicht. Aber es sind schon coole Produkte drin. Wir haben jetzt keine Lidschattenpalette mit dabei. Aber wer zum Beispiel auf Liquid Eyeshadow steht, kommt hier voll auf seine Kosten. Lippenprodukte sind mit dabei. Du wirst von den Haaren bis zu den Füßen gefühlt gepflegt. Eigentlich ist es ganz cool. Kann man sich nicht beschweren. Und die Produkte, die ich jetzt neu gekauft habe, bin ich auch sehr gespannt, wie die dann in meinem Gesicht funktionieren werden. Und das war es jetzt auch hier mit meinem Video. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.